So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dinge, äh, der Dinge, der Dicke, eine Breaking News, also eine gebrochene Neuigkeit, also eine Brechbröckel von Niantic, denn der nächste C-Day ist angekündigt, oh, die bringen schon wieder mein ganzes Konzept durcheinander. Ich wollte extra heute nur ein Video bringen, hab ich gedacht, ja, morgen Community Raid, Samstag, okay, Königliches Event an, okay, Sonntag mach ich dann, äh, Krypto Raid und Montag, Ausbeute vom Sonntag, passt. Nein, jetzt hauen die natürlich den Community Day raus, aber wir fassen uns kurz, Community Day im März ist Flamjau, wir haben ja schon einen Starter jetzt gehabt, das ist der zweite Starter da, ist ja wieder eine Feuerkatze und die hat sogar einen coolen Namen, weil das heißt ja dann Fuego und Fuego oder, das heißt, das eine ist die Firma, die scharfe Sachen macht und das andere ist das Pokémon und das ist ja auch irgendwie wie eine Art Wrestler, das heißt, eigentlich ist das ein richtig cooles Pokémon, ist vielleicht nicht nützlich, aber ist ein cooles Pokémon, so. Ansonsten ist fast alles gleich, Samstag, 16. März, 14 bis 17 Uhr, Flamjau erscheint wild, vermehrt, mit der Höhe der Shiny-Rate, exklusive Attacke, lohe Kanonade, wie bei fast allen, oder wie bei allen Startern, Feuerstartern, aber, ab dem Beginn des Events kann Fuego die Ladeattacke Dark Lariat erlernen, Lariat, die Clothesline, die Lariat, so, das ist Wrestling, ich sag's doch, Dark Lariat mit 120 Schaden oder bei Arena Raid kämpfen 80 Schaden, Trainerkämpfe 120 Schaden, was ist da jetzt besser, was ist das für ein Move, das ist ein Undicht-Move, Dark Lariat oder lohe Kanonade, aber das gibt's ja immer, das andere gibt's nur beim C-Day, exklusiv C-Day, lohe Kanonade, neu erlernbar, Dark Lariat, also vielleicht, trotzdem, weil es GBL, Wesen nützlich mit den Attacken, ich will mal gucken, ich werde vielleicht einen Shiny, das höchste Shiny dann entwickeln und dem halt vielleicht die Dark Lariat geben, je nachdem, wie das Shiny aussieht, es wird wieder eine Spezialforschung geben für einen US-Dollar, könnt ihr mir dann eure Freunde verschenken, krieg ich ja regelmäßig, wenn die da ist, werde ich die im Stream auch wieder versuchen zu lösen, danke dafür, dann die Event-Boni, da ist wieder alles draufgeknallt, das ist ja kein Classic C-Day, das ist ein richtiger, vollwertiger, dreifach Fang-EP für die Leute, die noch leveln müssen, doppelte Fang-Bonbons, erhöhte Chance auf XL für Level 31, Trainer, ab, dann 3 Stunden Log-Module, 3 Stunden Rauch, Schnappschüsse, ein zusätzlicher Spezialtausch, also 2 an dem Tag, tauschen kostet 50% weniger, Staub, also statt 40.000 nur 20.000 und so weiter, statt 1.000.000 nur 500.000, nutzt das, dann gibt es wieder Bonus-Raid-Kämpfe, nach dem C-Day, da kommt dann Mitzunda in die Stufe 4 Raids, das werden einige wieder probieren, im Solo oder im Duo zu machen, ich habe sowas noch nie gemacht, nach einem C-Day so ein 4er Raid, dann erscheinen um die Arena herum wieder für 30 Minuten in 300 Meter Radius nochmal diese Pokémon vom C-Day, also das Flamjau, um den C-Day zu verlängern, es gibt wieder Feldforschungsaufgaben an den Stops, wenn ihr unterwegs seid und dreht und fangt, da kriegt ihr auch wieder Begegnungen mit Flamjau oder auch Staub, Superbälle und mehr, es wird Pokestop-Showcases geben mit Flamjau, also endlich mal welche, die ich dann wieder machen kann, letzte Zeit alle Showcase-Dinger habe ich nämlich nicht, weil da musst du brüten oder musst sonst was machen, da fängst du wild und dann das Größte, was du an dem Tag in den 3 Stunden gefangen hast, was ersetzt du dann, das finde ich gut, das reicht. Bundle im Webstore, Eventboxen, interessiert mich alles nicht, gehe ich gar nicht drauf ein, es gibt neue Sticker, die ihr auch aus den Geschenken kriegt oder halt eben bei Pokestops erdrehen könnt und das sind schon eigentlich die News, also das sind die brechenden Bröggel-News von der Yentic, die richtig Breaking für den Wrestler mit der Dark Lariat. Freut ihr euch drauf? Ist ein cooles Pokémon, Starter sind immer gern gesehen, manche haben die noch nicht entwickelt, kriegt sogar zwei neue Attacken und es ist auf jeden Fall ein neues Shiny. Also müsste jeder Bock haben zu spielen oder wenn man eben noch ein bisschen Erfahrungspunkte braucht, dreifache EP schmecken auch und momentan ist das Wetter ja ganz gut, dass man vielleicht wieder Bock hat, mehr rauszugehen und sowas zu genießen. Wie findet ihr den Flamjau-Sea-Day? Schreibt es in die Kommentare, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.